Ich habe ja im letzten Video gesagt, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ich würde mit Gaffney Soga gegen Barcelona gewinnen. Er ist halt ein Knarer schon. Ja, Kenny, müssen wir mal machen. Müssen wir mal ein Team zusammen beeiern und dann machen wir mal. Wenn du ja so Pro-Gamer bist. Ja, bin ich dabei. Dich mag keiner. Quatsch. Oder die Gruppe mit Thomas damals. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei macht. Keno, glaube ich, war bei euch noch dabei, ne? Deswegen, ich werde nie wieder als Niederstaunen. Gaffney, war mir stolz, Junge! Oh, gibst du denn das? Gaffney kann nix. Oh, scheiße, zu spät, glaube ich, oder? Nee. Gaffney, lupfer Tor! Rory Gaffney! Rory Gaffney! Ah, heilig! Da ist er wieder. Da ist er eine Eckfahne in der Schulter. Das gefürchtete Rory Gaffney lupfer Tor. Ja, du hast einen Halbvorteil. Oh Mann ey, guck's dir an. Zum genießen. Ja. Nein. Doch. Er hat 5. Kahn. Und ich wundere mich, warum du Schimmel auf dem Stuhl hast. Ja, ja. Ja, ja. LOL! Mann, mach ihn doch rein ey! Nimm den ja runter. Kaffney! Oh, mach ihn doch rein! Ja. Ja. Hm. Jetzt für einen sauberen und ordentlichen. Finde ich aber ganz gut, weil... Oh, fuck, was mach ich da? Ich fluch hier rum. Weil öfter hab ich mal das Problem, dass irgendwelche Vollidioten reinkommen in den Chat und dann rumspammen und dann kannst du halt nichts machen, weil du gerade am streamen bist und... Wow! Alter! Mittenhole! Ach komm, Wasser ist abgestiegen jetzt noch. Ha! Alter! Was war jetzt... Aber hast du den nicht gesehen? Der stand doch direkt davor! Hä? Was ist das? Hast du den nicht gesehen? Der stand doch direkt davor. Vor deinem Verteidiger. Oh fuck. Boah, ist der schnell ey! Na, der fängt ihn einfach! Richtiger Messi ey! Ich gewinn. Garantiert. Naja, ich gewinn ja mit Schalke gegen die als Mittelerin mal dritte war. Schalke hat die schon. Ey, kann ich nehmen nochmal Schalke. Ich war gut damit das letzte Mal. Loll! Ah, was ist das Eishau? Ich spiel hier mit einem Viertliga-Verein aus der englischen Liga. Und nicht mit einem Fünftliges aus Spanien. Jawoll! Komm schon! Hau einfach drauf! Hau einfach drauf! Loll! Hau ihn doch rein ey! Das war gar nicht mal so ein schlechter Schuss an den Pfosten ey! Weißt du warum der nicht reingegangen ist? Ja, weil du mich getreten hast von hinten. Mit... Mit der Pike hast du mich getreten. Frust. Dein Spieler ist gefrustet. Deswegen ging der nicht rein. Ach so. Ja ja. So. Jetzt noch. Warte. Es gibt nur einen der diesen Freistoß schießen darf. Der die offizielle Lizenz hat einen Freistoß zu schießen. Ah! Warte zu mal dran! Versteh ich FIFA! Versteh ich FIFA! Ich fau dich! Ich verletz mich! Wow! Ich nehme jetzt nur noch Schalke! Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alien Isolation! Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von The Vanishing of Ethan Carter! Heute fährt die 18 bis nach Istanbul! 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 Super! Dann wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Buongiorno alle miteinander! Mein Name ist Baumzweig! Weil das noch nicht nur erwähnt, ist es nicht nur nah. Ich bin doch nicht nur auf den Ort. Aber dem, ich bin doch ein Liegen. Was für ihr mich.